Hi, in diesem Video zeige ich euch die fünf wichtigsten Unterschiede in der Aussprache zwischen britischem Englisch auf der einen Seite und amerikanischem Englisch auf der anderen Seite. In den letzten 300 Jahren haben sich das britische Englisch und das amerikanische Englisch natürlich ein ganzes Stück im Rahmen der Aussprache jetzt auseinanderentwickelt. Ich habe selber ein wenig in den USA gelebt und auch in England, fand diese Unterschiede immer total interessant. Im Englischstudium wurde das gar nicht so richtig aufgegriffen und besprochen, daher dachte ich, mache ich mal ein kleines Video dazu. Ich finde, es lohnt sich, mit dieser Aussprache zu beschäftigen aus folgenden Gründen. Das eine, wenn ich die Sprache lerne und eine gute Aussprache lernen will, muss ich mich ja irgendwann nach der einen oder nach der anderen Aussprache richten. Das heißt, ich muss versuchen, britische oder amerikanische Aussprache oder australische zu lernen, aber ich brauche eine Referenz. Und während des Lernens dieser Unterschiede lerne ich auch, was ich nicht machen soll, also was zum Beispiel eher eine deutsche Aussprache vielleicht wäre und verbessere somit insgesamt meine Aussprache. Und ich finde auch, es ist interessant, wenn man jetzt im Radio jemanden Englisch sprechen hört oder beim Fernsehen gucken oder auch im echten Leben, direkt sagen zu können, ah, okay, das scheint mir eine englische, britische oder amerikanische Aussprache zu sein. Ich beschäftige mich in diesem Video jetzt mit den beiden Standardvarianten. Also innerhalb der USA gibt es natürlich kleine Unterschiede. Innerhalb von Großbritannien gibt es zum Teil riesige Unterschiede in der Aussprache, die sich alle, wo es wieder Untergruppen gibt, schottisches Englisch und so weiter. Was uns interessiert hier in dem Video und weil ich zwei Referenzpunkte brauche, nämlich jeweils die Standardaussprache. Diese Standardaussprache hört man zum Beispiel, wenn man Nachrichtensprecher hört. Nicht jeder einzelne Nachrichtensprecher, aber in der Regel sprechen die ein relativ standardisiertes Englisch, was innerhalb des jeweiligen Landes nicht als irgendeine Region eingeordnet wird. Ein bisschen vergleichbar mit den Tagesschausprechern bei uns, wo man ja auch nicht denken würde, ah, okay, der kommt aus Bayern oder so. Das wäre unüblich, sondern eher allgemein national verständlich. Wer im Einzelnen bei Wörtern nachgucken will, wie die ausgesprochen werden, der kann natürlich die Online-Dictionaries nutzen. Ich nutze hier für dieses Video unter anderem das Cambridge-Dictionary. Da seht ihr dann immer wieder, wie ich aus dem Computer einen Begriff aussprechen lasse als Referenz und natürlich auch meine eigenen Beispiele gebe. Legen wir los, die fünf wichtigsten Unterschiede. Ich mache euch hier erstmal eine Übersicht über die fünf Unterschiede, über die ich sprechen werde und dann gehe ich im Einzelnen darauf ein. Also, wir schauen uns einmal das R an, einmal das T an, also diese beiden Konsonanten und dann das O in bestimmten Zusammenhängen und dann eine andere Art des Os und am Ende noch einmal das A, also diese drei Vokale noch dabei. Legen wir los mit dem ersten Punkt und das ist das R. In Wörtern wie zum Beispiel diesem Wort da oben, das im britischen Englischen in der Lautschrift, diese Lautschrift ist ja immer eine international lesbare Lautschrift, wird es so geschrieben und klingt so. Hard. Also, hard und dieses R, wie ihr schon hört, entfällt. Das heißt, ich höre es in diesem Wort eigentlich gar nicht mehr. Und auch in ähnlichen Wörtern, also Wörtern wie hard, car, firm, bare, ist es komplett weg, das R gar nicht mehr zu hören. Auch in Endpositionen bei Wörtern, also other, waiter, entfällt das R und ich höre es nicht mehr. Natürlich wird es trotzdem in Wörtern wie, sag ich mal, rain oder train, wo es am Anfang des Wortes steht, ausgesprochen. Es geht nur um diese Position nach einem Vokal, vor einem Konsonanten und am Ende des Wortes. Im amerikanischen Englisch dagegen hört sie das so aus in der Lautschrift und hört sich so an. Hard. Also, hard. Das R wird im amerikanischen Englisch immer ausgesprochen. Das ist die Grundregel. Es gibt vielleicht minimal hier und da mal eine Ausnahme, aber im Grunde, wenn ein R da steht, hört ihr das R auch. Also, hard, car, firm, bare klingen so und other und waiter haben auch am Ende dieses Geräusch. Das ist ein bisschen schwer zu üben, weil wir als Deutsche dieses Geräusch eigentlich nicht kennen oder nicht so in unserer Sprache haben. Du kannst dich ein bisschen vorstellen, so wie das, wenn ein Hund knurrt, also rrrr, dieses Geräusch ein bisschen zu machen. Schauen wir uns den nächsten Unterschied an. Und das ist das T. In solchen Wörtern, in diesem Wort, hört sich das, sieht das im britischen Englischen in der Lautschrift so aus. Klingt so. Better. Also, better. Und die einfache Regel ist, im britischen Englischen, wenn ein T da steht, wird es eigentlich auch immer als T ausgesprochen. Es gibt regionale Varianten, wo das unterschiedlich ist. Es gibt zum Beispiel den Glottal Stop, also wo man sagt, what, anstatt von what. Aber in der Regel, im Standard, wird das T, wenn es da steht, ausgesprochen. Im amerikanischen Englisch sieht die Lautschrift so aus und das Wort klingt so. Better. Also, better. Wie ihr also merkt, dieses T in dieser Situation zwischen den Vokalen klingt also ähnlich wie ein D. Und in der Lautschrift sieht man das, haben die das mit so einem kleinen Häkchen da angegeben. Also, diese Wörter klingen so. Water, getting, what about. What about habe ich hier dazu genommen. Das sind natürlich zwei Wörter, aber um das T herum sind auch an beiden Seiten Vokale. Und durch das Binden, also das Zusammenziehen von den Wörtern bei der Aussprache, wird dieses T, bekommt auch ein D-Sound. Also, what about. Im Gegensatz zu Britisch, what about. Es gibt noch die, in der Umgangssprache, die Form, dass das T ausgelassen wird. Ganz in diesen Wörtern. Die klingen dann im amerikanischen Englischen, in der Umgangssprache oft so. Center, Internet, Toronto. Wenn das im Dictionary nachguckt, steht es manchmal nicht so. Dann steht da noch ein T. Oder es wird auch zum Teil in der Dictionary-Aussprache dann ausgesprochen. Im Alltag aber werdet ihr das oft hören. Dann kommen wir zu Vokalen. Dieses Wort wird im britischen Englisch so in der Lautschrift geschrieben und klingt dann so. Gott. Also Gott. Und dieses O in Wörtern wie Gott, not, crop, drop, klingt ein bisschen wie das deutsche O auch in Wörtern wie Trott. Also ein O-Sound, den man da hört. Im amerikanischen Englischen sieht es in der Lautschrift so aus und klingt so. Gott. Also Gott. Und dieses O klingt gar nicht richtig wie ein O für uns Deutsche, sondern eher wie ein A in dem Wörtchen Blatt. Also Gott, not, crop, drop. Kommen wir zum weiteren Unterschied. Und das ist eine andere Art des O, denn das O wird ja unterschiedlich ausgesprochen im Englischen, je nachdem in welcher Position es steht. Und hier geht es um folgenden Sound in dem Wörtchen, in diesem Wort, das in der Lautschrift im britischen Englischen so aussieht und so klingt. No. Also no. Auch in anderen Wörtern, die ähnlich sind. No. Go. Show. Alone. Klingt es ein bisschen, wenn man es sich langsam anhört, als ob ein kleines E noch davor ist. Daher auch, das sieht man hier auch in der Lautschrift, also no. Und dabei ist die Lippenpartie ein wenig angespannt. Also es ist nicht ganz locker, nicht no, sondern no, no. Also eine gewisse Spannung bleibt hier um die Lippen herum. Anders im amerikanischen Englisch, da sieht das Wörtchen in der Lautschrift so aus und klingt so. No. Also no. Und in diesen Wörtern, die klingen dann so. No. Go. Show. Alone. Hier ist der Klang dann ein bisschen mehr so wie ein O-O-Sound, der kommt. Und die Lippenpartie entspannt sich dabei. Also ich sage nicht wie im britischen Englisch no, sondern no. Und mein Kiefer fällt auch ein Stückchen weit runter und das entspannt sich. Dieser Unterschied ist gering, ist nicht groß. Man kann es auch übertreiben. Ich habe es jetzt zum Teil übertrieben, um es zu zeigen. Aber er kommt so oft vor, dass ich finde, er macht wirklich einen großen Unterschied zwischen diesen Varianten des Englischen aus. Kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist dieses Wort und der A-Sound in diesem Wort. Das wird im britischen Englisch so geschrieben und klingt so. Grass. Also grass. Und im Grunde klingt das genau wie ein deutsches A. Das ist einfacher daran in Wörtern wie grass, last, class, path, tomato. Wie ein deutsches A. Anders im amerikanischen Englisch, da sieht es in der Lautschrift so aus und wird so ausgesprochen. Grass. Also klingt es so. Grass, last, class, path. Also klingt es eher wie ein deutsches A. Aber nicht genau gleich. Es ist schon noch ein anderer Sound. Aber das ist, denke ich, der Buchstabe im Deutschen, der am nächsten daran kommt. Jetzt habe ich eine kleine Übung für euch vorbereitet. Versucht mal, diesen Satz hier gleich einmal amerikanisch und einmal britisch auszusprechen. Ich fange mal mit der britischen Aussprache an. Jetzt amerikanisch. So viel zu diesen beiden Varianten des Englischen, wie die sich in der Aussprache unterscheiden. Lasst mich wissen, ob euch da noch mehr zu interessiert zu den Unterschieden zwischen diesen beiden Varianten des Englischen. Hier auf meinem Kanal gibt es ganz viel Material zum Thema Englisch. Schaut euch gerne mal um. Ich freue mich immer, wenn ich euch wiedersehe. Macht's gut und bis bald.